Wir können sie nicht hier lassen. Du hast recht, das nicht. Achtung! Unauthorisierte Echtkarte eines Level 4 Virus erkannt. Was bedeutet das? Ist der Selbstzerstörungscode... ...fals das G-Virus das Gebäude verlässt? Ja. Bitte. Rette meine Tochter. Nein! Sherry. Sherry, wir müssen deiner Mama leb wohl sagen. Komm, bitte sag. Bitte, Sherry. Hör zu. Sie hat dich geliebt. Wir müssen wirklich gehen. Komm schon. Du hast recht mit der Jacke. Ich hab Glück, dass du da bist. Hör zu. Wir können später drüber reden. Wir müssen schnell wachen. Komm schon. Okay, das ist schon heftig. Ei, 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 ei. Okay, Upgrade-Chip. Ähm. Sherry, kannst du schneller laufen? Ja. Ich will dich nicht hetzen, aber... Wir müssen los. Okay, ähm. Hauptschacht. Wir müssen los. Äh, wieder geht es raus. Komm. Ja, will dich nicht hetzen, aber sie läuft nicht schneller. Ja. Dann mal los. Wie viel Muni haben wir? Nicht viel, ne? Äh, das ist mir ein bisschen wenig, aber wir haben viele Säuregranaten. Aber ich glaube, die werden uns nicht lange helfen. Irgendwann werden wir uns auch nicht großartig helfen. Oh, das sieht böse aus. Ähm, Claire? Ja? Danke, dass du so nett zu mir bist. Dass du mir hilfst. Bin so froh, dich getroffen zu haben. Bin auch froh, dich getroffen zu haben, Sherry. Aber spar dir den Dank, dass ich dich hier rausbekommen habe. Halt, 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 halt. Da ist noch ein Erste-Hilfe-Spray. Eieieiei. Halt. Ich hab hier noch was gesehen. Kampfmesser. Na, wir gehen ja schon. Mhm. Okay, ähm, Moment. Jetzt mal langsam. Haben wir noch irgendwo... Äh, Säuregranaten. Okay, die machen wir mal voll. Handgranate. Blende-Garnaten haben wir auch noch jede Menge. Äh, Halt-Schlüssel, Digitale. Ähm, blaues Kraut, Karo-Schlüssel, gemischte Quickdraw Army, Blende-Garnate. Alles auffüllen. Elektroschock-Gewehr ist nett, aber... Ich bräuchte eigentlich eher andere Munition. Ähm, noch eine andere Knarre. Äh, nicht wirklich. Ähm. Okay, die nehmen wir nicht mit. Stattdessen nehmen wir... Das Kampfmesser werden wir auch nicht brauchen. Ähm, nehmen wir nochmal gemischte Kräuter und so weiter mit. Besser ist das. Nochmal Blende-Garnate. Ich weiß nicht. Säure-Garnaten. Wir haben leider nur drei Brand-Garnaten. Ich würde gerne mehr Brand-Garnaten haben als die anderen. Aber gut, wir nehmen das zu erreichen. Es muss reichen. Sagen wir es mal so. Jey, super. Nochmal Kraut. Scheiße auf die... Oh, okay. Grünes Kraut. Ähm... Könnten wir nutzen... Nee. Okay, komm, wir gehen weiter. Neu-einhalb Minuten, um zu entkommen. Ah, hier ist noch Moni. Nein. Natürlich. Das ist das Mistheil verschlossen. Warte. Sherry, was machst du? Ich glaube, ich kann sie von der anderen Seite öffnen. Oh, oh, oh. Mann, der dampft mieses Tidal. Ja. Oh nein. Nachladen. Oh really, ich muss mich jetzt gegen Viecher hier verteidigen, oder was? Ich hätte doch mal die Dings mitnehmen sollen. Komm schon, Sherry. Ähm... Okay, sehr gut. Gut gemacht, Sherry. Wir sind ein gutes Team. Ah, nichts weg jetzt hier. Acht Minuten bis zur Detonation. Nachladen. Komm schon. Sherry, hältst du durch? Ich bin direkt hinter dir. Das machst du gut. Ich glaube, wir sind hier fast drauf. Ja, da ist die Dings. Okay, hier ist noch eine Truhe. Okay, wir können noch mal aufbauen. Äh, auf... Äh, aufrüsten. Ähm, warte mal ganz kurz. Ankanaten. Das ist ein bisschen anders alles. Weiß nicht, wie wir die hier... Ah, okay, da ist ein anderer Raum. Was ist das? Verbindungsstecker. Und wir haben keinen Platz. Ich werde bekloppt, ey. Ja, ich weiß, ich muss noch mal zurück. Ich muss den Platz schaffen, damit wir einen Verbindungsstecker nehmen können. Ah, ist das ätzend. Okay, warte, warte, warte. Äh, was legen wir denn mal ab? Die mal schnell und... Ein Heilspray. Jetzt den Verbindungsstecker. Ja, holen. Nein, nimm mit. Was machst du? Ich muss diesen Zug in Gang bringen. Du rührst dich nicht vom Fleck, okay? Okay. Ich bleib hier, ich verspreche's. Gut. Mhm. Sei vorsichtig. Immer. Ah, das ist... Ähm, wartet, wartet. Oh. Minigun. Ja, meine Fresse. Ne Minigun. Oh. Oh. Okay. Irgendwas ist passiert. Okay. Okay, funktioniert. Claire! Was? Leon? Du bist auch hier unten? Ja. Aber hier stürzt gleich alles ein. Hör zu. Du musst hier raus. Schnell. Ich weiß. Kennen Weg raus. Ich denke, wir können's alle schaffen. Wo bist du jetzt? Claire! Bist du noch da? Leon? Die Verbindung bricht ab. Kümmere dich nicht um mich. Verschwinde von hier. Leon! Leon! Mist! Okay. Yes, baby! Minigun! Hahaha! Geil! Uuuh! Ähm... Warte, Moment. Die Zeit läuft ja noch. Äh... Ist equip? Nein. Ähm... Schnellzuge. 400 Schuss! Uh, yeah! Alles klar. Ähm... Sieg! Oh, oh. Oh, oh. Shit! Oh, 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 oh. Guck'n, was er so drauf hat. Alter. Himmel, Arsch und Zwirn. Ja, komm. Okay, Warnung. Wir nehmen erstmal das Zeugs. Ja, komm, ihm vorbeigehen oder was? Das gibt's doch nicht. Ja. Mann, Mann, Mann. Scheiß Vieh. Hält mir das auf dem Senkel. Ähm. Ja, nee, ist klar. Mal gucken, was er vor hat. Gesund. Okay, das passt noch. Mal gucken, wo da kommt's. Wow. Alter. Oh, komm schon. Das gibt's doch nicht. Wie sch... Oh, ah. Mein Gott. Ja, ist gut jetzt. Das ist gut. Oh. Oh. Also ganz ehrlich, der Kampf war cooler als der bei Dion, muss ich ehrlich sagen. Untertitelung des ZDF, 2020 Also was willst du als erstes tun, wenn wir hier raus sind? Ich will sehen, wo du wohnst. Gut. Denn ich brauche dringend eine Dusche. Ja. Wirklich? So übel. Oh, ja. Claire! Leon! Ist so gut, dich zu sehen. Hab doch gesagt, wir schaffen es, oder? Hast du. Wer ist das? Das? Das ist Sherry. Okay. Scheiße! Was war das? Keine Ahnung. Du bleibst hier bei Sherry. Ich geh mal nachschauen. Oh nein. Okay, ähm... Fünf Schuss. Und ziemlich angeschlagen. Äh... Ich wechsel das mal aus. Jetzt wär... Okay. Munition. Ähm... Auf jeden Fall Kräuter. Ähm... Bum, 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 ne, warte mal. Das brauchen wir nicht. Erste-Hilfe-Spray. Auf jeden Fall. Ähm... Ziemlich angeschlagen. Wieder hundertprozentig fit. Okay, wir füllen mal auf, was wir brauchen. Blaues Kraut. Karo-Schlüssel. Film. Münzen. Haben wir nicht viel. Okay, gemischte Kräuter. Nehmen wir nochmal mit. Umfällig Fall der Fälle. Ähm... Warte mal ganz kurz. Das gefällt mir nicht. Fünf Schuss. Okay. Kampfmesser. Eieiei. Ich dachte schon, es wär alles gut. Naja, wenigstens haben wir keinen... Kein... Fuck. Oh, nee. Oh, nee. Okay. Ich hoffe, du magst kubeln. Ich hab noch viel mehr. Scheiße! Wie kannst du noch leben? Komm schon. Meine Fässer. Meine Fässer. ichwhe Tod. Oh. Ich hab noch mehr. Der Waggon ist weg. Ich muss weg. Ich komme schon. Geh, Aslan! Schau, Aslan! Gib mir das an! Boah. Hammer. Also das Ende ist definitiv geiler als das von Leon. Wir kennen uns erst seit letzter Nacht. Ja. Es wäre aber ein krasses erstes Date gewesen. Ja, allerdings. Allerdings. Schaut! Meint ihr, der könnte uns mitnehmen? Wenn es nicht nur die Stadt ist. Schaff Sherry hier weg. Komm. Hey, das war Livin' of a Day von The Crate. Der war ja freundlich. Also, ist es vorbei? Ich weiß nicht. Aber falls nicht, dann stoppen wir es. Was es auch kostet. Da kannst du Gift drauf nehmen. Solange wir zusammenhalten, packen wir das. Komm schon. Hey, ihr könnt mich adoptieren. Adoptieren? Wir holen uns einen Welpen. Einen Welpen? Und wir fangen rein. Ich wollte immer Tiere, aber Mom sagte, das macht nur Dreck. Und als nächstes an diesem langweiligen Mittwoch kommt ein Song, der euch richtig einheizt. Ja, das war der zweite Durchgang mit Claire, den ich persönlich cooler fand als den mit Leon, teilweise zumindest. Also, die Kämpfe oder das Ende war einfach nur genial. Ja, ich bedanke mich fürs Zusehen bei allen, die bei dem Projekt dabei waren. Vielen Dank für eure Unterstützung und ja, bis zu den nächsten Projekten hier auf meinem Kanal. Macht's gut, ciao, ciao, euer Ad. Ich bin ja, bis zu den nächsten Projekten. Ich bin ja, bis zu den nächsten Projekten. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020